ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu mein helm ist noch kaputt aber gucken wir mal ich musste mich strecken ach so okay dann strecken wir mal hier lang hier ist eine schere die brauche ich nicht ach so okay dann make sure work area ist hier bevor returning und pumps okay haben wir das ist doch hier wieder mini spiel oder können wir noch mal updaten ich kann tatsächlich trefferpunkte luft und panzerung ich mache aber mal trefferpunkte stase brauchen wir nicht luft könnte ich panzerung kann ich nicht leben kann ich auch nicht schade ist ein punkt oder so würde ich bei luft reinmachen ein punkt habe ich an der luft drinnen schon okay so ich habe alles was ich so anzug wechseln brauchen wir nicht wir haben den arktischen anzug okay ich bin ready ready to take off ich spare mir die sachen okay denn ich habe doch einen ja gut ziehen wir noch mal an das spiel triggert erst wenn man noch mal angezogen hat recht muss ich dir zu wechseln wie einfach nur noch mal den arktischen anzug auswählen guck an ich sehe genauso aus wie vorher auch mit einer sexy narbe im gesicht ich werde gerade verschweißt und geht mein helm jetzt an tatsache tatsache dann wechsle ich den bei mir ist jetzt der helm aktiv ich guck mal nee das ging nicht bei mir komm du mal ob das geht ach so ok vielleicht braucht er mich oder so ich weiß es nicht ich brauche dich auch wo geht's denn hier lang wir sind übrigens in kapitel 9 jahren ist das wieder eine extra mission ich weiß es nicht ach das ist der der ist ein bisschen komisch drauf das ist aber glaube ich der von von der anfangssequenz oder der der sam ach so ok meinst du ja möglich möglich warum nicht gucken wir mal tu so farze so farze das klingt irgendwie wie nach was chemischen da 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 wo sind wir hier hä hm ach hä nee wir sind doch vorhin hier hä ja wir müssen da lang ja aber wir sind doch da vorhin runter warum kommen wir da ne verstehe ich nicht ist so oh schneesturm dahin aber kein front oh wenigstens haben wir jetzt schneeanzüge ja und frieren nicht mehr wir müssen da hinten da lang genau mhm nitte räumlich hä warum hat es das ach hier wäre auch wieder schneeanzug gewesen wahrscheinlich wa jo echt hier sind ich glaube da ich glaube da ist einer wo denn ich sehe nix ja war hier glaube ich ne doch nicht wo bist du da du weißt wo du langläufst oder was ja oh oh ahhh hast du ein Glück dass ich hinter dir stand wieso kein Problem achso na dann no problem ach guck mal hier ein Lager was wo ja ich habe jetzt alles eingesammelt schön und ne Leiter jetzt haben wir hier ganz viel nix ja ich hoffe dieses riesen Monster kommt nicht wieder alles gut schnell hier rüber schnell hier rüber komm oh oh nein komm mach die Tür auf Tür auf oh nein scheiße ah eh 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 schnell 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 komm los streng dich an ja jetzt ich bin drin ich hole dich warte oh 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 mach die Tür auf ja ich komme ich bin gleich bei dir so jetzt aber hier zusammen ich mach schon auf die Tür drei zwei eins und schnell oh oh easy peasy ja genau wo sind wir denn jetzt hier ach guck mal die Basis ach sieh an sind wir nicht da unten irgendwo reingekommen jemand scheint den Saft an gedreht zu haben ja am Anfang bei der ersten Folge ja oder ich glaube da sind wir glaube ich da irgendwo ne hier ja glaube ja ne da würde ich sagen da werden wir ja wahrscheinlich gleich hinkommen warte mal kurz ich muss mal guck mal hier der Sonnenaufgang oh ja der sieht fett aus der sieht aber also fett ist äh trifft's warte mal ich mach mal das wäre ja mal so so das ist ja ein Screenshot wert so äh halten wir mal F12 ne ne geht leider nicht ne F10 ne ne geht leider auch nicht äh weil äh Drucktaste voll jetzt bist du weggerannt na egal ach so sollte ich wolltest du wolltest du so ein Partnerbild machen ja komm wir machen hier nochmal ach so komm so also so andersrum andersrum musst du dich stellen so so rum aber dann kann ich kein Screenshot doch kann ich so da warte 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 oh wunderschön schön alles klar und deine leuchtenden Augen die korrespondieren so richtig schön zur Sonne also was ist das hier ach da müssen wir lang okay so und jetzt können wir offiziell ja ankündigen dass wir jetzt weiter sind als wir in unserer anderen Session waren genau ab jetzt ist es blind so genau ab jetzt ist das Spiel wieder blind mit all den Vorurteilen fuck gerade am Nachladen was die immer alles sammeln somatgel müssen alle Spülmaschinen zu Hause haben so doch das das ist das ist das von Anfangssequenz bitte wenn du redest dann schallt auch alles hier weißt du wie das aussieht wie ein Arenakampf Mordor hier die die stimmt wie bei bei genau haben die bloß kopiert ich schon ne was ist das hier das ist ein Fahrstuhl der können wir aber nicht rufen müssen wir hier rein bestimmt was besessen naja irgendwie ist Clark ja schon davon besessen ne was von Ellie ja nicht nur von Ellie und diese ganze Markergeschichte ja aber er ist doch bloß ein Schattensender selbst was er alles schon durchgemacht hat kann man es ihm verübeln nein nö guck mal hier hinten ist die Bank ja da gehen wir jetzt mal hin ja weil unsere unsere Rotter sind wieder da oh 100 Wolfram in der Zwischenzeit was können wir denn daraus alles bauen das ja schwerer Elite-Rahmen du echt ich kann ich kann einen schweren Elite-Rahmen bauen so den hab ich schon ja ja warum hast du den noch nicht benutzt den hab ich an meiner an meiner Maschinenpistole ach so na dann muss ich den jetzt nochmal bauen das tut mir leid ich baue mir jetzt einen schweren Elite-Rahmen ah ich brauche nur weiter austauschen schön doch Upgrade-Platinen habe ich jetzt acht ah apropos ich muss mal gucken ob ich hier noch ein paar schöne Upgrade-Platinen einsetzen kann Schaden noch dazu füllen wow das knackert ja aber richtig so Stasebeschichtung bleibt das Ding ist geil oh den Ripcore später oder sowas das wird noch ja ja okay ich bin durch ich komme und habe jetzt einen anderen Rahmen gut aber der macht letztendlich nur die die Upgrade-Punkte ne ja ja okay da sieht gut aus na hier lang ne doch Moment mal ich setz mal eben meine Bots stimmt stimmt und ich habe Mist gebaut welcher Art ich habe meine Waffe zum schlechten modifiziert ich habe jetzt nämlich weniger Clips das muss ich mal eben rück jetzt habe ich nur noch 17 Schuss in meiner Waffe das geht nicht ich habe jetzt 100 Schuss doch jetzt ist er weg wer ist weg jetzt sind die Bots einfach so verschwunden hier jetzt raus hier los hier steht eine Schreibmaschine so das sieht schon besser aus Ostflügel-Duty-Schedule können wir jetzt mit dem Fahrstuhl fahren jawohl das ist so ein Zufall oh Sequenz das passt oh nein 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 oh ich habe dich wir müssen jetzt nicht wirklich oder ich glaube das wird ein epischer Bosskampf ist oh Gott earned mich auch 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 Aua. Heilen, heilen, heilen. Oh. Kuh drücken, Kuh drücken. Aua. Haha. Frist das. Ich glaube... Komm, 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 komm. Ich glaube, es verpisst sich. Äh, nee, oder? Motherfucker. Aber der hat uns hier eine Rampe gebaut. Guck mal. Ja, das ist aber nett von ihm, ne? Ja. Kleiner Schnucki. Oh, 2938 Munition. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber auch Schlimmeres erwartet. Eigentlich schon, ja. Aber wir sind... Aber nur gut, ich glaube, die Stasis-Munition... Ja, das stimmt. Wo ist Ellie? Da ist sie. Wo? Irgendwo. Hey, Kef. Ali. Ach, Quatsch. Oh, hier ist eine Öffnung hinter uns. Ja. Wir kommen so schnell, wir können. Kein Problem. So, sind gleich da. Oh. Schwerer Standardrahmen hatten wir doch schon. Schwerer Rahmen ist irgendwie schon zehn Stück. Hier ist eine Leiter. Warte mal. Oh, hier oben ist... Hier liegt was. Ein Lock. Und ein Impulsgewehr. Oh, geil. Als Vorlage. Okay, das war ein... Ein Sekret war es. Ein Sekret. Ja, das sind mir die Liebsten, ne? Die Sekret. Partner braucht... Ich bin doch weg. Mensch, wie dick bist du denn? Ja, das... Ich sag ja, du bist sehr ausladend. Ja, 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 ja. Hallo. Jetzt. Boah, dieses Fahrstuhlfahren macht mich verrückt. Jetzt geht es nur abwärts. Ich dachte, geht es aufwärts. Das war doch so riesig nach oben. Warum gehen wir nach unten? Ja, wir müssen in den Keller. Wie bei Resident Evil in den... Ja, und dann ist das so schnell. Und warum sind die ganzen Bedienknöpfe da oben? Da kommt doch keiner ran. Das ist ja auch nur für den Techniker. Nein, jetzt sind wir schon wieder draußen. Was ist das hier? Hörst du das? Ja, das... Äh, war keine Ahnung. Damals war lang. Wo? Da. Wo, ne? Nee, hier rechts oben, glaube ich. Da. Irgendwas ist hier. Ach. Achso. Jetzt müssen wir wieder nach oben fahren. Ach, nee, doch nicht. Hallo? Ich... Ich hätte gerne Wasserwaage. Hä? Diese Geräusche. Äh, das... Oh! Ach, guck mal an. Ellie! Isaac. Nein, 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 nicht so dolle kuscheln. Gut, dass wir es geschafft haben, Isaac. Sollen wir euch zwei vielleicht kurz... Ja, bitte. Ich meine, ein der Vergangenheit ist gebrüht und vielleicht nicht so herzlich. Eifersüchtig, der Kleine. Der neuer Stecher. Köpfen, Schluss jetzt. Stopp. Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ach. Was? Ah. Das sagst du jetzt. Ich sag's ja immer wieder. Geschriebene Loks. Natürlich. War klar. Ey, hat der mich geschubst? Ja. Ich hau den gerade. Ja, ja. Ich hau den einen raus. Ja. Was haben wir hier? Guck mal, hier kann man Command & Conquer spielen. Yo. Hier, guck. Oh, super. Act of Aggression. Ah, hier, guck mal, hier. Also, wenn das hier nicht ein Ding ist für eine Torx-Stange. Yo, rein da. Ich hab auch noch eine Torx-Stange. So, jetzt bin ich aber gespannt. Wow. Pneumo-Brenner, cool. Ich hab einen Flammenwerfer. Ja. Den baue ich mir gleich oder nachher oder irgendwann. Was gibt's hier noch? Wahnsinn. Heilung. Super. Das war eine gute Ausbeute, muss ich ja sagen. Vielen Dank, der Torx-Stange. So, jetzt müssen wir erstmal hier einen Schlachtplan erstellen. Was haben wir hier? Warte mal. So, unsere Truppen von Norden nach Süden und von Westen nach Ostern. Wo sind wir eigentlich? Wo ist denn der... Hier sind sie, Pfeil. Da. Nee. Ja, klar. Nein, da. Aber eigentlich sind wir doch hier. Da. Da. Da sind wir. Nee, wir sind hier. Warum sollen wir denn da sein? Weil wir da runtergerannt sind und dann hier hoch. Wo sind die große Mauer von China? Das ist hier. Das ist die Mauer. Das ist die Mauer. Und wir sind hier drum rumgelaufen. So und hier rein sind wir gelaufen. Aber wir sind aber auch fünfmal mit dem Fahrstuhl gefahren. Sechsmal. Ja. Naja gut. Und deswegen, wenn wir mit dem sechsten Mal mit dem Fahrstuhl, dann kommen wir hier hinten raus. Da. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Und deswegen sind wir hier. Nee, hier. Ja, wo müssen wir überhaupt hin? B drücken. Da lang. Oh, hier ist eine Bank. Ah ja, eine Bank. Ey, das ist mein Platz. Ich muss meine Bots einsammeln. Und ich muss mir einen Flammenwerfer bauen. Okay. Schwerer Standardrahmen, Pneumobrenner. Ach so, eine Ressourcensammlung. Uiuiui, das klingelt. Somatgel habe ich 2000. Geil, einen Pneumobrenner. Das brauche ich. Einfache Strahlenkanone. Pass auf, ich baue jetzt einen Pneumobrenner, Telemetriebolzen und Pneumobrenner. Das ist episch. Ich habe hier eine Waffe, die nennt sich Pitch Black 392. Echt? Ja, es ist eine Stase-verstärkte Maschinenkanone plus Energiekanone, modifiziert, um Gegner mit jedem Schuss zu bremsen. Wird mit gesammelten Teilen hergestellt. Wow. Brauchen wir plus 6,5, was waren sie Wolfram für? Ich habe mir jetzt einen Flammenwerfer gebaut. Oh, guck mal, der kommt direkt von Ikea. Mjölnir. Eine aus Valhalla stammende Waffe. Eine erweiterte Maschinenblitzkanone und hydraulischer Hammer. Wird mit gesammelten Teilen. Braucht bloß 130 Wolfram, den Rest habe ich alles. Wow. Das ist gut. So, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas... Pneumobrenner. Ja, ich brauche mir den gerade. Was ist denn eigentlich NLD gewesen? Für eine Abkürzung. Ne, das weiß ich auch nicht. TPO verstärkt sich. Schaden verstärkt sich. Clipgröße bleibt gleich. Aber der Schaden... Im oberen Tool nimmt er zu. Im unteren Tool nimmt er ab. Also irgendwie... Aber ich glaube... Oder ist es die Reichweite? Warte mal. Gegebenenfalls muss ich das wieder zurückbauen. Ich gucke mir das mal kurz an. Boah, guck dir die Wumme an. Ja, ich baue mir jetzt erst mal meine. Die kommt direkt... Die kommt direkt... Ne... So lieb das ist, aber... So, Schnucki, jetzt pass mal auf, was ich hier habe. Wo bist du? Ja. Guck dir diesen Flammenwerfer an. Ja, ja. Jetzt warte, warte. Ja, aber ich möchte gerne meine Munition haben. Vor allem, der Flammenwerfer schießt mit Metall. Oh, meine Bots sind gerade wieder zurückgekehrt. So, ich will meine Dings wieder haben. Meine sind nicht da. Warum sind meine nicht da? Doch, da sind sie. Direkt mal wieder aussetzen, die Viecher. Warum ist das jetzt die Clipmenge? Hinter dir ist ein Sucher-Bot. Hä? Was schießt denn der jetzt? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Mhm. Ist das wieder meine Wumme? Wahrscheinlich nicht. Ne, sieht ganz anders aus. Hä? Ich will meine Wumme zurück. Die schießt nicht mal. Toll, ein Schuss. Keine Automatik. Oh nein, meine Wumme ist weg. Ui. Ui. Und du schnarrst. Was mache ich? Ja, du schnarrst gerade. Ich schnarrt gerade. Ne, dein Ton schnarrt gerade. Mein Ton schnarrt? Ja, da, äh, wir müssen sowieso gleich mal noch ein Päuschen machen. Warum ist das denn jetzt so? Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Hilfe. Hilfe. Zu Hilfe. Ach so, warte mal. Ah. Jetzt. Jetzt ist sie, glaube ich, wieder da. Jetzt ist sie wieder meine. So. Jetzt ist sie wieder meine. Genau. So will ich sie haben. Komm. So. Ne, du schnarrst nämlich gerade. Das müssen wir mal gleich nochmal kurz untersuchen. Deswegen machen wir hier an der Stelle einfach mal einen Break. Ja. Ja. Das kriege ich nämlich sonst nicht rausgefiltert, das Schnarrn. In dem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Tschau. 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 Tschau.